Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Elden Ring. Ich versuche meine Stimme hier gerade meinem Outfit anzupassen. Ich finde, der muss so sprechen, oder? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten in Episode 42 hier im unterirdischen Reservat der Charme, nachdem wir letztes mal uns hier schon recht erfolgreich durchgekämpft haben. Links und rechts alle Türen und Gebiete erkundet haben, den Dunkfresser-Quest ja quasi schon fast zu Ende gemacht haben und jetzt hier die Abkürzung letztes Mal schon erhalten haben. Nochmal haben, sage ich nicht, sodass wir jetzt die Möglichkeit könnten haben, um hier ins Finale des unterirdischen Reservats zu kommen. Irgendwie ein holpriger Einstieg, aber hier seid ihr bei mir auf dem Kanal. Ihr wisst, wie es geht. Also Like da, Abo für den Kanal. Ich fall gleich hier runter. Und, ähm, nein, nein, nein. Okay, alles gut, alles gut. Komm her. Ist der jetzt runtergefallen? Ja gut, ist selber schuld. Ähm, was wollte ich sagen? Abo für den Kanal. Und dann holen wir uns Mock heute. Mock das mal, würde ich sagen. Ähm, dafür haben wir aber noch eine gute Reise vor uns. Wir müssen hier noch ein paar Kerne erwischen. Und, oh Alter, das ist so fies hier. Da wirft noch irgendeiner mit Messern auf mich. Ähm, du bist es nicht, aber wann kommst du runter? Kommst du? Oh, ich wusste nicht, dass ich den erwischen kann. Aber ich glaube, ich muss, äh, hier einfach runterspringen, oder? Ja. Zack. Und dann außenrum. Oh Gott, da sind zu viele. Das gefällt mir nicht. Äh, ich heile mich mal. Und dann springe ich einfach schnell hier hoch und hoffe, dass die das nicht können. Zack. Da kommt der wieder raus. Okay. Zack. Oh, ich glaube, die können das doch schon. Okay, zwei haben wir. Nein, dann. Ne, die bleiben da. Okay. Uh. Rougher Start. Aber ich bin zufrieden. Das ist eine Abkürzung. Wahrscheinlich, damit man hier einfach runter wieder hoch kann. Aber ich meine, dann muss man dem Typ nochmal vorbei. Weiß ich nicht, ob ich das will. Von daher gucken wir einfach, dass wir das jetzt in einem durch schaffen hier. Ich droppe hier rein. Ich glaube tatsächlich, wir müssen der Ratte da folgen, die da gerade abgehauen ist. Aber, ihr habt es vielleicht gehört, jetzt immer mal wieder hier in diesen Rohren, auf denen wir jetzt die ganze Zeit oben drauf gelaufen sind, gibt es recht fies Garabeen. Die sind hier drin. Ich wollte das eben nochmal zeigen. Weil mich hat das tierisch genervt, als ich das erste Mal hier war, weil ich immer gedacht habe, wo sind denn diese ganzen Garabeen, die ich die ganze Zeit höre? Und die sind hier in diesem Labyrinth. Das ist wirklich ein Labyrinth, merke ich gerade. Es gibt jetzt schon drei Wege, die ich hier gehen kann. Okay, jetzt sind es vier. Super. Nehmen wir das mal mit. Und ich glaube, wenn ich mich ganz korrekt erinnere. Oh, den haben wir jetzt liegen lassen. Okay, ich weiß nicht, ob das auch nur einer für Heilzeug war. Nicht schlimm. Dass man hier nicht besonders wichtige Dinge findet. Okay, Schmiedestein 8 ist eigentlich ziemlich cool. Ich nehme es zurück. Aber es ist hier sehr, sehr verwinkelt und es gibt nicht besonders, also nichts, was man auf keinen Fall verpassen darf. Deswegen habe ich das, wenn ich mich recht entsinne, in meinem Guide hier auch nur so ein bisschen angeschnitten, weil mich das hier auch ein tierisch genervt mit diesen Tanks und Skarabeen. Aber gut, der ist jetzt tatsächlich hilfreich. Jetzt habe ich nämlich wieder alle Heels. Dann holen wir uns das hier noch. Ich glaube, warum ich jetzt hier gerade so viel Runen von irgendwelchen Gegnern bekommen, ist wahrscheinlich, dass diese Gargoyles da über mir versuchen, mich zu erwischen und die... Seht ihr? Und die die ganze Zeit irgendwo runterfallen. Und deswegen kriege ich... Ja, schon wieder einer. Kriege ich die ganze Zeit hier Runen. Eigentlich ganz cool. So, den haben wir auch. Und das ist auch der letzte Weg hier. Und noch einmal ein Skarabeers. Rune 8. Aber ihr seht, das ist alles am Ende, glaube ich, eine Sackgasse, oder? Hier nicht. Ah, okay, hier kommt man wieder raus. Das wollen wir natürlich nicht. Super krasses Labyrinth. Aber ich bin jetzt, glaube ich, tatsächlich jeden Weg gegangen. Hier geht es wieder zurück. Jetzt gehen wir noch einmal hier hoch. Und das war's. Okay, jetzt muss man nur wieder zurückfinden. Auch hier kann man natürlich super gut die Steine nutzen, wie die Brotkrum bei Hänsel und Gretel, damit man hier wieder rausfindet. Also da sind die wirklich hilfreich. Und sie haben ja, weiß ich nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, den Effekt, dass wenn ihr sie von der Klippe schmeißt und sie nicht zerbersten, dann könnt ihr von der Klippe springen und ansonsten würdet ihr auch sterben. Die zeigen euch also die Fallhöhe an, die ihr nutzen könnt. So, jetzt sind wir hier. Und ich glaube, hier war es jetzt auch nochmal so, dass man zwei Wege geht. Der da führt uns... Ja, der da führt uns nicht dahin, wo wir wollen. Und hier... Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Hier sind jetzt die Ratten. Und hier ist, glaube ich, auch nochmal ein Loch im Boden. Also wir haben zwei Löcher im Boden. Ah, lass mich mal gucken. Hier ist die große Ratte. Zack. Und nicht da reinfallen. Okay, du bist reingefallen. Ähm... Ja, genau. Da sind diese Kröten. Erinnert ihr euch? Ich glaube, da würde ich wieder bis zu diesen Kröten zurückfallen. Das heißt, das wäre ein ewig weiter Weg zurück. Und deswegen gehen wir in dieses Loch hier. Lassen wir uns nicht von dem erwischen. Und dann sind wir an dem Tor. Genau. Seht ihr das? Könnt ihr euch noch an die Kröten erinnern? Das ist nämlich jetzt die Abkürzung, die ich hier freigeschaltet habe. Und sonst müssen wir echt nochmal ewig weit zurück. Da bin ich jetzt froh, dass ich mich daran noch einigermaßen erinnert habe. Ähm... Dass man hier in das kleine Loch geht. Bei jetzt sind wir absolut auf Kurs. Das ist die letzte Schikane gewesen. Wenn man da ins falsche Loch fällt, dann musst du alles nochmal über diese blöden Rohre gehen. Super gemein. Ähm... Machen wir hier... Krass, weil ich... Oh, Alter. One-Hit. Nicht schlecht. Oh, explodiert ihr oder schlagt ihr? Schlagt. Zack. Okay. Krass, jetzt sind wir mega schnell schon, ähm... Ins Finale gekommen hier. Äh... Ja, okay. Dann kommen wir heute vielleicht sogar weiter, als ich dachte. Da wäre nochmal diese Kröte gewesen, der wir auch schon begegnet sind. Und hier müsste, glaube ich, jetzt ein Ort der Gnade kommen. Und dann sind wir schon beim Boss. Oh, ho, ho, ho. Nice. Okay, dann war es doch nicht mehr so weit durch dieses Reservat, wie ich dachte. Auch wenn da trotzdem noch einiges auf und es wartet nach dem Bosskampf. Ähm... Kommt mir gerade, aber... Jetzt konzentrieren wir uns erstmal darauf. Ähm... Wie machen wir das? Ich habe, glaube ich, Mox-Kette... Ah, dabei. Ja, das ist gut. Dann würde ich sagen, einfach direkt... Gibt es hier nochmal einen Gegner? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Äh... Ne, aber nochmal Gegenstand. Schmiedestein. Okay. Ähm... Wie machen wir es? Ich weiß nicht, wenn... Ich würde mir gerne die Videosequenz anschauen, weil Mox ist ein cooler, cooler Gegner. Ähm... Aber ich weiß nicht, ob die Buffs dann so lange halten. Trotzdem machen wir das jetzt einfach mal. Und gehen hier rein. Ah, ich dachte, da kommt ein Video. Kommt es gar nicht. Okay, dann hat sich das eh erledigt. Zack. So... Jetzt gucken wir mal, ob wir ihn direkt hier rein verpassen können. Ja, der war gut. Zack. 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 Okay, die haben beide nicht getroffen. Das ist ärgerlich. Okay, Moment. Äh... Mach Platz. Ich heile. Ich mach das. Und jetzt sollte ich noch genügend Zeit haben, ihn rein zu verpassen. Das war gut. Boah, diese Attacke ist brutal. Ja, Blutung muss ich extrem aufpassen. Okay. Und... Ja, immer zu weit. Ausweichen. Okay. Und jetzt aber... Boom. Hier habe ich gesessen. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich muss heilen. Das ist jetzt das Problem hier mit dem hin- und herschalten zwischen der Kette und dem Heil. Erst heilen. So, und jetzt vielleicht nochmal die Kette. Wenn ich in seine Nähe komme. Das lass doch mal gut sein hier mit dem Blut. Zack. Mach Platz. Ich level. Boom. Und ich verpasse hier einen. Boom. Nein. Jetzt muss ich sofort danach ausweichen. Meine Heels anstab bringen. Okay, das war gut. Verdammt. Er holt nochmal einen raus. Weg, weg, weg. Okay, alles gut. Der hat auch eine extreme Reichweite mit seinem Dreizack. Weg. Ich hole mir den wieder. Ich glaube, die Kette funktioniert nicht mehr, ne? Ich probiere das noch einmal. Ne, die Kette sind ja nicht mehr. Okay. Um zu wissen. Okay, der war wichtig. Ausgewicht. Oh, oh. Ich lebe noch. Boah, der hat mich geblockt. Das ist schlecht. Ich wusste nicht, dass er das so drauf hat. Okay, jetzt habe ich ihn. Habe ich ihn? Ne. Seine Attacke ist tatsächlich stärker als meine. Die haut mich um. Das ist krass. Ich habe so viel Gleichgewicht eigentlich. Trotzdem haut mich seine Attacke noch wieder rum. Aber ich habe ihn. Uh, first try. Mockt das mal. Ein bisschen mit der Kette gecheased. Okay, aber dafür ist sie auch da. Nice. Bin ich zufrieden, muss ich sagen. Bin ich sehr, sehr zufrieden. Okay, dann mal kurz rasten. Wir haben einen Spell von ihm bekommen. Ausruhen. Und ich glaube, man kann hier mit Melina sprechen. Genau. Was hast du zu sagen? Ha, jetzt kommt sie wegen der rasenden Flamme. Okay, vielen Dank für die Warnung. Jetzt gucke ich mal, ob ich... Wenn du gerade schon da bist, ob ich nicht bei dir mal hier nochmal Special Stufenaufstieg machen kann. Ich gehe auf Kraft weiter. Kraft ist auch das, was Ausrüstungsgewicht erhöht, oder? Ne, ist es gar nicht. Was ist das, was Ausrüstungsgewicht erhöht? Kondition. Oh, okay. Komm, wir gehen mal auf Ausrüstungsgewicht. Zack. Und dann... Vielen Dank für die Warnung. Sie hat es schon richtig erkannt. Wir befinden uns jetzt hier ganz in der Nähe der rasenden Flamme. Und zwar müssen wir hier einmal gegenschlagen. und gehen dann hier runter und kommen jetzt hier in ein, ich sag mal, sehr fieses Gebiet. Hier sind lauter tote Händler. Das sind, glaube ich, tote Händler, wenn ich das richtig im Kopf habe. Einer da unten lebt noch. Ähm, zu dem gehen wir jetzt auch direkt mal. Irgendwo spielt auch einer mit der Geige. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die angreifen. Sofort greifst du an? Oh, ja, du greifst an. Okay. Perfekt, weil ich brauche, dass er diese Attacke hier macht auf mich, während ich hier vor diesen Zelten stehe. Weil das macht die Zelte platt. Geh weg. Oh, jetzt muss ich ihn einfach platt machen, sonst hat er mich gleich. Okay. So, nur so kriegt man nämlich diese Zelte hinter einem platt. Und hier gibt es ganz interessante Sachen. Einmal nämlich das, äh, Gewand des Händlers. Und jetzt können wir hier weitergehen. Ich glaube, da gibt es nochmal so einen Dude. Ich glaube, ich heile mich mal komplett. Und hier gibt es nämlich nochmal solche Zelte, wie ihr seht. So, jetzt darfst du mich nochmal angreifen. Ich wehr wieder ab. Zack. Und dann sind sie schon platt. Und vielleicht erwische ich dich, ne? Schade. Das wird es knapp. Oh, 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 oh. Oh, 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 okay, okay. Und die rasende Flamme ist auch in mir aufgestiegen. Na gut. Alles gut, ich lebe. Das war richtig knapp gerade. Okay, aber jetzt habe ich die zwei Zelte hier schon zerstört. Und ich glaube, es gibt ganz unten noch eins, aber da komme ich erst später hin. Hier habe ich erstmal alle. So, und jetzt kommt natürlich eine Sektion, die so schwierig ist. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wie viel Runen ich dabei habe. 138.000, das ist natürlich blöd. Das sind nämlich nicht ganz so wenig, wie ich gehofft habe nach dem Stufenausstieg. Aber jetzt Runen zu poppen, bis ich die wieder ausgeben kann, ist auch irgendwie blödsinnig. Ich probiere es jetzt einfach aufs erste Mal zu schaffen hier. Ich glaube, ich nehme mal die Waffe weg, das ist ein bisschen einfacher dann zu sehen. Jetzt muss ich selber mal gucken. Geht das hier? Der greift mich nicht an, der sorgt hier nur für musikalische Unterstützung in diesem Horrorgebiet. Jetzt überlege ich gerade, wie man das am besten... Ich weiß nicht mehr, was der beste Weg darunter war. Ich glaube, ich muss... Ich muss tatsächlich da rechts auf den mittleren. Oder ich kann erstmal hier drauf. Gehe ich erstmal hier drauf. Okay. Und dann einen runter vielleicht? Ich bin mir echt nicht sicher. Okay, ich springe mal hier rüber. Nein! Nein! Okay, das ging gleich mal von Anfang an schief. Das wird jetzt noch ungefähr 50 Mal passieren. Deswegen, ich habe schon gedacht, wir waren schon sehr schnell beim Boss. Aber ich glaube, jetzt werde ich noch eine Stunde hier ungefähr beschäftigt sein, um da runter zu kommen. Weil das ist einfach so ein Höllengebiet. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt hier immer diese blöden Händler besiegen muss. Oder ob ich hier nicht einfach... Nein! Okay, jetzt hat sich das Spiel, den Runen hat sich schon mal geklärt. Die 100.000 Runen. Um die müssen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen machen. Das war jetzt eigentlich mein Ziel. Einfach, dass wir da jetzt nicht die ganze Zeit gedanklich mit beschäftigt sind. Oh nee, ey. Das gibt es doch nicht. Wie blöd war das denn? Das war nur, weil ich gerade gedacht habe, wo ist denn dieser Händler? Und muss ich nicht hier direkt eine Stufe runter? Aber ich glaube, ich gehe hier. Lauf dann dieses Stück. Lass den in Ruhe. Lass den in Ruhe. Lauf hier drauf. Und gehe dann selbstbewusst hier drauf. So, und jetzt... Jetzt sind wir wieder so weit, wie wir gerade waren, ne? Ja. So, und jetzt ist die Frage... Ich springe hier drauf. Oder lass mich hier fallen. Ich springe hier eins weiter. Das war gut. So, und dann glaube ich, gehe ich nochmal einmal hier hin. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt passt auf. Jetzt wird es gefährlich. Weil jetzt kann man springen. Dann bleibt man an dem Ding da hängen und fällt da vorbei. Das weiß ich jetzt schon. Deswegen springen wir auf den da. Zack. Okay, 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 okay. Da ist gerade noch jemand gestorben. Dann springen wir hier rüber. Mhm, 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 mhm. Äh, jetzt habe ich eigentlich nur noch die Möglichkeit, darüber zu springen, was ein Sprung ist, der mir nicht so gefällt. Aber wir haben ihn geschafft. Okay. Wo muss ich final hin? Da, rund. Oh, es ist noch weit. Okay, das ist ein normaler Sprung. Na, verdammt, ich bin zu weit gesprungen. Ich dachte noch. Normaler Sprung, aber ich bin, ich bin nicht angelaufen, aber ich bin zu weit trotzdem gesprungen. Okay. Okay, aber es war gut. Hauptsache, man wird immer besser. Oh, ich sag's euch. Das ist die schlimmste Plattformer-Sektion im Spiel. Und ich glaube, jeder, der dieses Spiel so weit gespielt hat, äh, kennt diese Stille noch zu gut. Ein Horror. So, ich fenn wieder an dir. Ey, 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 nee, ey, jetzt killst du mich nicht bitte hier, ne? Du auch nicht. Zack, so, jetzt gehen wir hier wieder runter. Dann hier wieder runter. Kurz heilen fürs Gefühl. Kann ich nicht eigentlich von hier hin? Hier einfach direkt darüber springen. Hätte ich das mal gleich gemacht, ey. So, das ist auch ein Sprung, den man ohne Anlauf schafft. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, ich bin darüber gesprungen. Dann bin ich darüber gesprungen. Boah, jetzt werde ich übermütig hier. Ah, da muss man Anlauf nehmen. Okay, jetzt habe ich nämlich gerade gedacht, ich mache alle ohne Anlauf. Das hat gut funktioniert bis zu diesem Sprung. Okay. Okay, okay, okay. Kein Problem, kein Problem. Wir lernen jedes Mal etwas dazu. Wir lernen jedes Mal etwas dazu. Oh je. 138.000 Runen. Egal, die waren nicht wichtig. Tut mir nicht weh. Haben wir ja gerade quasi von dem Easy Mock Fight bekommen. So. Und jetzt nochmal. Also, wir gehen wieder hier runter. Dann haben wir gerade festgestellt, ist das hier gar kein Thema. Hier rüber. Easy. Die leuchten schon für uns, danke. Null Runen. So. Jetzt müssen wir einmal anlaufen, um das hier zu schaffen. Naja. Und das ist jetzt ein schwieriger, weil das ist ein kurzer Sprung. Das ist ein kurzer Sprung. Oh. Fast wieder zu weit. So. Und das ist genau, habt ihr gesehen, der ist runtergefallen. Das ist der Trick. Man denkt, man kann da runter springen, aber man wird da dran stoßen. Deswegen mit Anlauf oben drauf. Und dann wieder ein kurzer Sprung. Hier drauf. Boom. Und jetzt ein ganz, ganz kurzer Sprung. Hier drauf. Item nehmen. Unausweichliche Raserei. Und wir sind drin. Wir sind noch nicht safe, weil ich muss hier noch überleben. Und da unten sitzt ein Dude. Und jetzt passt auf, ich will nämlich unbedingt, weil ich euch das zeigen will, hier ist nochmal... Sind das diese Zelte? Ich bin mir gar nicht sicher. Irgendwo hier ist nochmal ein Gegenstand drin. So. Jetzt holen wir uns erstmal das hier. Der lebt auch. Seht ihr das? Das ist der fieseste. Der lebt auch. So. Fingerabdruck. Schild. Und du, Dude. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich dich schlage. Überlebst du das? Ich probiere es. Er überlebt es. Okay. Ja, ja, ja. Mach das mal. Mach das mal. Und zwar hier. Mach das mal hier. Ich wäre ab. Ich nehme das hier. Jetzt komm schon. Trau dich. Ich brauche dich hier. Oh, ich bin so froh, dass ich es jetzt geschafft habe. Ich darf jetzt bloß keinen Blödsinn machen. Weil jetzt sterben wäre sausau blöd. Komm jetzt. Ja, okay. Zack. Ah, ich glaube, der Gegenstand ist nicht mehr einzusammeln, weil ich ihn schon mal eingesammelt habe. Okay. Ich wollte euch nur zeigen, es geht. Und hier an der Stelle liegt ein Gegenstand. Und das ist, das muss ich selber gucken. Ähm. Ähm. Wo? Oder wie sah das aus? Das sind Händlernotizen. Das ist tatsächlich, glaube ich, sogar eine Händlernotiz. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ba, 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 ba. Mikaela's Nadel. Diese Notiz würde man hier bekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da steht eine Notiz geschrieben von einem nomadischen Händler. Macht Sinn, hier sind ganz viele. Mikaela, der Himmlische, erschuf eine Nadel, um dem Einfluss der fremden Götter zu trotzen. Tragt ihr die rasende Flamme in euch und wollt ihr Fürstenthron entsagen? Und wollt ihr im Fürstenthron... Oh Gott, oh Gott, ich bin heute nicht fit im Lesen. Sucht Mikaelas Nadel. Okay, also das ist im Grunde der kleine Hinweis im Spiel, dass wenn ihr die rasende Flamme, die man sich jetzt hier holen kann tatsächlich, wieder loswerden wollt, dann müsst ihr Mikaelas Nadel finden. Und das werden wir natürlich in diesem Durchgang auch nochmal machen, zumindest die Nadel finden. Aber ich bin mir gar nicht sicher, um ehrlich zu sein. Ich wollte endlich mal, weil das ist eine der wenigen Gegenstände, die mir noch fehlen, ist Melesins Prothese. Naja, mal gucken, also ich werde es euch auf jeden Fall zeigen. Jetzt springen wir hier runter. Und damit haben wir es endlich runter geschafft. Boah, bin ich froh, dass ich diese Plattform-Sektion, ey, der Horror. So, erstmal speichern, bevor wir irgendwas anderes machen. Okay, wunderbar. Einmal kurz ausruhen. Überlegen, ob ich zwei... Oh, jetzt, guck mal hier. Moment, ich setze mich nochmal. Kommt nochmal die Warnung von Melina. Ich frage euch, bitte. Als einer, der streift, nicht die Leben zu verhindern. Die, die würden, sind nicht fit, um zu bezeichnen, wenn die Lande übernommen ist. Okay, keine Angst. Ich mach's nicht, wird nicht mein Ende dieses Mal. Ähm, hab ich mir aber schon geholt. Ihr könnt euch jetzt hier an dieser Tür die rasende Flamme holen. Hier, die kennen wir auch schon. Roderika? Die nette Dame, die die ganze Zeit die Augen gegessen hat. Sie will jetzt unsere Jungfer werden. Sie wird sicherlich öffnen. Und die drei Finger werden dich welkommen. May the flame of chaos. Ja. Also, sie gibt uns jetzt hier nur nochmal den Hinweis, dass man jetzt hier zu der Tür kann. Man muss all seine Sachen ablegen. Damit meinen sie ja hauptsächlich die Klamotten. Und dann würden einen die drei Finger begrüßen. Und das ist auch so. Also, wenn wir jetzt hier nackt rangehen, dann kann man hier zack, zack rein. Dann habt ihr die rasende Flamme in euch. Das macht sich bemerkbar, indem dann eure Augen leuchten. Und damit habt ihr das rasende Ende, rasende Flamme Ende freigeschaltet. Das ist alles, was ihr dafür tun wollt. Wenn ihr das jetzt hier an der Stelle aus Versehen macht, aber doch nicht das Ende wollt, dann braucht ihr wiederum die Nadel, die mit Millicent's Quest Line verbunden ist. Die wir heute vielleicht auch noch antreffen, je nachdem, wie weit wir hier kommen heute. Okay? Das ist so die grobe Idee. Mehr, dachte ich immer, kann man hier unten nicht machen. Ist aber nicht so. Wenn ihr diesen Weg hier gegangen seid, aus der Hauptstadt, komplett hier runter, dann gibt es hier diese schöne Wand. Da, wo Roderika steht. Die könnte man jetzt... Ich glaube, wenn man die rasende Flamme in sich aufnimmt, dann kann man sie hier antreffen. Und ich glaube, dann ist sie sogar tot. Und man bekommt, meine ich, das Siegel der rasenden Flamme von ihr. Ich glaube, so war das. Das habe ich aber schon, deswegen lassen wir sie leben. Und ich werde auch nicht die rasende Flamme in mich aufnehmen. Jetzt nehmen wir hier noch die Truhe mit. Zack, Ruhlenbogen, Träumchen. Ne, aktiviere ich jetzt aus bestimmten Gründen nicht, denn wir rollen jetzt hier nochmal dagegen. Und wunderbar sind wir in Tiefwurz. Und das finde ich einen richtig, richtig coolen Geheimweg. Den habe ich sehr, sehr spät erst gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ich den zum Zeitpunkt der Guides schon entdeckt hatte. Ich habe, glaube ich, mal einen Short drüber gemacht. Aber das ist jetzt der Weg nach Tiefwurz. Wir sind jetzt tatsächlich wieder in Tiefwurz. Und zwar oberhalb des Beginns. Deswegen, ich glaube, man kann jetzt hier sogar noch ein, zwei Sachen finden. Jetzt aktiviere ich hier mal den Ort der Gnade. Und jetzt können wir hier tatsächlich runter. Das ist also eine Alternative, wie ihr nach Tiefwurz gelangt. Solltet ihr nicht den Weg über Nokron gehen, dann kann man diesen hier gehen. Also man muss theoretisch nicht Radar besiegen, um hier runter zu gehen. So verstehe ich das. Und das finde ich auch hier wieder genial, dass es diese Möglichkeit gibt. Also das Spiel ist einfach so schön und toll verwinkelt. Es ist immer wieder fantastisch. So, jetzt habe ich da schon, glaube ich, einen Sprung gemacht, der mir das da verwehrt. Okay, blöd. Aber nicht schlimm. Jetzt hole ich mir erst mal das hier. Okay, und dann gehen wir halt wieder hoch. Das müsste dann der hier sein. Wurzelklippmeiß, der Ort der Gnade. Und den kann man eben, wenn man da rauskommt, finden. Wirklich sehr, sehr spät erst herausgefunden im Spiel. Muss ich wirklich zugeben. Deswegen war mir das jetzt wichtig, das an der Stelle mal zu zeigen. So, und jetzt bleibe ich direkt hier oben. Und wir gehen hier einmal... Oh, ja, wow. Großer Auftritt, nichts getroffen. Okay, nun ein Runenbogen, herrlich. Der Grund, warum ich keinen Runenbogen aktivieren wollte, ist, dass ich ein bisschen die Angst habe, dass ich hier noch ein paar Mal abstürze, bis ich unten bin. Weil ihr seht, wir sind wirklich sehr, sehr weit oben. Da ist der andere Ort der Gnade und da müssen wir jetzt uns komplett runterkämpfen. Und dafür müssen wir hier über diese ganzen Wurzeln hier... Und... Ja, das ist... Es ist gefährlich, sagen wir es mal so. Es ist... Es kann schon passieren, dass man hier runterfällt. Vor allem, wenn man jetzt hier schon wieder so... Mutig springt, wie ich das hier mache. Ups. Da ist nix, außer Blutflecken. Zack. Da ist auch nix mehr. Okay, dann können wir hier weiter. Hier runter. Dann... Ist das der Weg? Soll ich den erledigen? Oder... Brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Wir können eigentlich direkt hier runter. Zack. Holen uns den Gegenstand hier. Ihr seht, bis jetzt... Okay, einen Hohenbogen haben wir gefunden. Die Nunenruhne. Das war es schon wert, allein diese Mutter da... Mutterameise zu holen. Und ansonsten war es ein Schmiedestein und jetzt gerade dieser Gegenstand. Also... So wahnsinnig viel gibt es hier oben, glaube ich, nicht. Aber... Es ist halt, wie gesagt, einfach ein alternativer Weg. Allein das ist ja schon... Ja, das ist blöd gewesen. Das ist so ein Thema. Man denkt, man läuft geradeaus runter und dann rutscht der nochmal... nochmal über die Wurzel. Das heißt, springen ist da meist die bessere Alternative. Das weiß ich eigentlich und habe es jetzt trotzdem wieder nicht gemacht. Aber... Ja. Weil man will immer so einfach so vorsichtig runterlaufen. Und dann ist es aber wirklich immer so, dass der dann an der Spitze, kurz bevor er runtergeht, nochmal rutscht. Also eigentlich wirklich so, jetzt nicht so wie ich hier gerade wieder, sondern wirklich immer springen. Weil dadurch habt ihr mehr Kontrolle über das, was er da, äh, macht. Das ist nicht an jeder Stelle so, aber das ist mir schon deutlich zu häufig passiert. Deswegen... Entschuldigung. Hoffe ich, dass ich es jetzt diesmal direkt hinbekomme hier. So. Ah, jetzt hat er mich... Diesmal hat er mich gesehen. Zack. Jetzt ist die Frage, kommt die da runter? Sieht erstmal nicht so aus. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Oh, wenn es das sieht, jetzt bin ich jetzt hier runtergelaufen und das hat nicht geklappt. Jetzt springe ich. Kein Problem. Also das sind so Kleinigkeiten, wo einer das Spiel manchmal echt ein bisschen kriegt, sag ich mal. So, jetzt gehe ich auf die sichere Plattform hier. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast unten, oder? Guck mal da. Es sind noch ein paar Fliegende. Da sind noch ein paar. Schaffe ich den Sprung? Ja, okay. Moin. So, alle die hier runterlassen. Und dann einmal Rums. Rums. Zack. Wunderbar. Oh, Gift. Perfekt. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Goldene Rune 5. Okay, auch nicht weltbewegend. Äh, hier ist auch nichts mehr. Aber wir sind fast unten. Ich will einmal den Weg gehen. Es ist, wie gesagt, es ist jetzt wirklich nur der Schönheit der Arbeit wegen. Äh, da ist auch nichts. Und auch hier. Oh, da. Guck mal, wer da kommt. Vielleicht kann man das hier gleich nutzen. Ne. Oh, das war gefährlich, den anzuvisieren, um ehrlich zu sein. Okay. Zack. Und. Hopp. Oh, das war zu früh. Okay. Okay. Kurz heilen. Gucke ich, ob da oben noch was ist. Da ist aber auch nichts mehr. Also ihr seht wirklich kaum Items hier. Ich kann mir vorstellen, genau. Ich kann hier auch sogar schon reiten, theoretisch. Aber hier überall, da ist nichts mehr da oben. Ich sehe da gerade einen Gegenstand, der mich schon wieder killen wird. Jetzt gucke ich deswegen gleich mal. Also, da unten kommt nichts mehr sonst. Das ist jetzt nur noch der Weg ganz runter hier. Und damit sollte man es eigentlich geschafft haben. Ich glaube, hier ist sogar nicht mal mehr ein Gegenstand. Ja. Okay. Also, da sind wir jetzt wieder in dem unteren Bereich. Also wir haben es jetzt komplett runter geschafft. Man schafft es nicht von hier unten da hoch. Zumindest, wahrscheinlich, irgendjemand hat es bestimmt schon mal geschafft. Es gibt bestimmt irgendeinen Weg mit dem Pferd. Aber ich glaube, es ist zumindest nicht so gedacht. Sondern man kommt eben aus dem Untergrund, aus dem Reservat hier rein. Und hat jetzt die Möglichkeit, die Tiefen von Tiefwurz zu erkunden. Das haben wir natürlich schon gemacht. Von daher. Okay. Nochmal goldene Pfeile. Naja, gut. Also, ihr seht jetzt nicht ganz so wichtige Gegenstände. Ich wollte es jetzt nur einmal an der Stelle gezeigt haben. Und jetzt können wir auch von mir aus aus Pferd. Jetzt fühle ich mich etwas sicherer, weil ich glaube, ich jetzt einfach alle Gegenstände eingesammelt habe hier. Also, wenn ich jetzt sterbe, ist es nicht mehr so tragisch. Und jetzt können wir hier, zack. Und dann wird es immer offiziell von ganz oben nach ganz unten gekommen. Zack. Haben wir das geschafft. Okay. Jetzt muss ich mal kurz einen Cut machen. Jetzt ist jemand an der Tür. So, da war jetzt gerade jemand an der Tür. Nur, um mir zu gratulieren. Wie toll ich es hier runter geschafft habe, natürlich. So. Damit haben wir das Reservat der Scham und eben auch diesen kleinen Abschnitt noch von den Tiefen von Tiefwurz geschafft. Und von daher sind wir eigentlich ready, ins nächste Gebiet zu gehen. Bisschen Zeit haben wir noch. Das nächste Gebiet, was ich machen will. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie komme ich denn hier wieder. Ne. Das bin ich jedes Mal am überlegen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal den Drachenhügel, der mir noch fehlt. Warum ich den immer hinten anstelle und nicht mit Cade zusammen mache, hat den Grund, dass dieses Gebiet von den Gegnern her tatsächlich deutlich schwieriger ist. Also das gehört eher ins Endgame. Plus, wir haben hier Gurang und seinen Auftrag, wofür wir die Todeswurzeln brauchen. Wir haben aktuell... Sind die nicht hier? Doch. Vier Stück. Wir brauchen, glaube ich, noch drei. Weil eine habe ich ihm schon gefüttert. Und ich glaube, wir brauchen noch drei. Und die gibt es hier oben am Berggipfel. Und wir haben ja schon ein Stück vom Berggipfel, also zumindest den Weg bis zum Berggipfel gemacht. Hier sind diesen großen Aufzug von Rollthoch bis hin zu Schabriri. Dann bin ich das hier gerannt, um hier in dieser Hütte hier oder vor dieser Hütte den Bruder von Dialos, Hoslo, zu töten. Juno Hoslo. Und wir haben halt diesen Ort der Gnade schon aktiviert. Ich habe hier aber noch ein paar Sachen nicht erkundet. Und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt genau hier, machen schon mal einen Part von dem Berggipfel und kämpfen uns dann im nächsten Teil vielleicht bis zu Schloss Sol. Zu dem Zeitpunkt sollten wir dann fast alle Wurzeln haben oder sogar alle Wurzeln haben, die mir noch fehlen. Plus die, die es wahrscheinlich hier, glaube ich, noch irgendwo gibt. Und dann machen wir dieses Gebiet. Plus dann eben den ganzen Rest, der hier oben noch auf uns wartet im Endgame. Das wäre jetzt so mein Schlachtplan. Ich hoffe, ihr seid damit d'accord, weil, das machen wir jetzt direkt, zack, zu Schabriri. Wir können ihm jetzt sagen, dass wir seine Tür gefunden haben und uns aktiv dagegen entschlossen haben, da reinzugehen. Wenn er noch hier steht, weiß gar nicht. Ah, in der Sache, steht hier noch. Moin Kumpel. Habe ich gerade gemacht, habe mich dagegen entschieden, Kumpel. Ich hoffe, das ist okay. Könnten ihn jetzt ein bisschen hauen, aber das mache ich nicht. Ähm, zack, zack. Und dann gehen wir einfach los. Da hinten ist der Aufzug von Roll. Da gibt es auch die Karte direkt für dieses Gebiet. Und das Coole ist, der Berggipfel ist in zwei Parts. Ihr seht das hier so ein bisschen, diese Linie. Diese Linie, das ist einmal West und Ost vom Berggipfel. Und wir machen jetzt auch hauptsächlich den Westen. Also diesen Teil, so habe ich es auch in meinen Guides eingeteilt. Und da halte ich mich dran, weil ich finde eigentlich die Reihenfolge recht sinnvoll. Und deswegen gehen wir jetzt hier in die Ruinen von Zahmoor. Gucken mal, was unser Hammer hier so leisten kann. Oh, Alter. Ich hätte gedacht, ich mache deutlich mehr Schaden dem Kumpel. Ein alter Junge, du bist ja gar nicht so ohne. Na gut, dann zeig mal. Ums. Oh, der hat mich gestoppt. Und er stackert nicht leicht, ne? Ich hätte jetzt gedacht, man staggert den leichter. Aber von wegen. Zack. Sehr schön. Überhin, vielleicht liegt es daran, dass ich kein Ruhe momentiert habe. So. Und weiter geht's. Die Ruinen von Zahmoor, die liegen hier rechts. Und da gibt es auch ein, zwei Sachen zu finden. Deswegen gehen wir da jetzt direkt rein. Und uns hier unsere Gegenstände. Vielleicht, wenn es jetzt hier noch mehr von diesen Dudes gibt. Ähm. Ich glaube, hier gab es noch mehr von den Dudes. Ich bin gerade ein bisschen vorsichtig. Da oben sitzt einer, ja. Weil die sind ja doch stärker, als ich angenommen habe. Okay, es ist sehr, sehr verwinkelt hier. Aber hier scheint nicht mehr wirklich was zu sein. Dann gehen wir direkt hoch. Da sind gleich zwei. Ich hole mal eine. Ich habe die nämlich jetzt lang. Ich benutze den Rotmähne-Typ. Mal gucken, was der so kann. Ob der effektiv ist gegen die. Okay. Das war erstmal ein bisschen unterwältigend hier. Und dann machen wir das mal so. Und dann hauen wir drauf. Bam. Okay. Also er ist anscheinend auch ein bisschen Distanz-Support hier der Rotmähne-Oga. Boah. Zweimal. Die Typen, dass das jetzt nicht geht. Zack. Und drauf. Sehr schön. Zack. Zack. Nochmal. Ne, schade. So, jetzt brauchen wir das hier nochmal. Bestärken. Ja, okay. Da haben wir beide daneben geschlagen. Komm her, Arscher. Ja, aber der Urga ist cool. Der ist ähnlich wie, äh, Latenne einfach so ein bisschen Distanz-Support. Und der lenkt sogar teilweise die ein bisschen besser ab. Er hat natürlich nicht ganz die Reichweite. Aber er macht einen Ticken mehr Schaden. Und er staggert die auch ein bisschen. Was natürlich gigantisch gut ist. Also, eine gute Asche hier für die Stimme, muss ich sagen. Ich will jetzt ja wieder ein bisschen mit den Taschen rumprobieren. Ein bisschen mehr, wenn wir die Möglichkeit haben. So, warm. Uiuiui. Okay. Und nochmal. Bestärken. Aus... Ne, ausreichen. Doch, ausgerichtete Effekt. Und. Komm, mach nochmal deine Attacke. Ach, come on. Ich wollte einfach so. So. Ja, das ist super. Guck mal, der steht einfach die ganze Zeit an einer Stelle und haut echt gut Pfeile rein. Und killt ihn sogar. Perfekt. Good job. Worauf schießen wir noch? Ist... Oh. Okay. Das ist egal. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich wollte gerade sagen. Worauf schießen wir noch? Dann sind nochmal zwei Dues hinter uns. Oh, ne. Nicht nochmal. Ja. Oh. Oh, oh. Spring. Ja, das habt ihr kommen sehen. Ärgerlich. Ärgerlich. Das sind mehr, als ich auf dem Schirm hatte hier. Jetzt ist die Frage, ob wir die alle killen müssen. Oder ob wir da nicht durchrennen. Weil das dauert ja ewig hier. Und ich war ja jetzt schon mal bis hier. Jetzt holen wir uns unsere Kunden an der Stelle direkt wieder. Da sind sie. Aber ich glaube trotzdem... Ich kann ja jetzt mal als Vergleich... Ne, jetzt habe ich doch wieder Ogre geholt. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich hole den anderen. Aber... Ist nicht schlimm. Dann ist es jetzt wieder so und... Gucken wir, ob jetzt wieder alle gleich kommen. Weil das war jetzt natürlich gerade... Aber es war eigentlich mit Ansage. Weil immer wenn ich einen Rudenboden benutze, muss ich schnell sterben. Alter, diese Eisattacke. Die ist es, die so tödlich ist. Die finde ich ganz gut. Kann ich die nicht auch einsetzen? Eieieiei, das war nix. Zack, zack. Vielleicht muss ich eine andere Strategie gegen die benutzen. Ach guck mal, der macht auch Nahkampf, wenn er will. Also der kann auch Nahkampf. Mal gucken, wie er sich da schlägt. Jetzt wieder das Eis. Okay. Zack. Hau ihn weg jetzt. Zweimal heim. Dann Power. Und jetzt schlagen. Das kannst du ihm... Oh, du machst Ordnung. Kräftig. Okay, Wahnsinn. Vielleicht ist der Nahkampf fast besser. Na gut, wir werden es sehen. Ich kriege ein bisschen Tränke zurück. Das ist sehr sinnvoll. Der lässt sich diesmal nicht stören. Das ist gut. Ich glaube nämlich, man muss hier nur in einen Keller. Guck mal, die Jungs hier, die laufen nämlich alle. Die haben wir gerade alle aus irgendeinem Grund aktiviert. Ich wollte eigentlich nur in diesen Keller hier. Ich glaube, hier ist nämlich das Item für das Gebiet. Zack. Klangperle Schmiedestein-Fürst. Perfekt. Und dann renne ich jetzt hier einmal durch, ohne die Jungs hier groß zu beachten. Und gucke, ob nochmal irgendwo was rumliegt. Aber ich glaube, das ist es hier schon tatsächlich in diesen Ruinen. Denn es ist nämlich keine Lust, nochmal gegen die alle zu kämpfen. Ich glaube, man kann sogar hier das Pferd mal kurz holen. Dann können wir hier einmal Schnelldurchgang machen. Zack. Da ist wieder der Aufzug von Rollt. Da kann man hier sogar wieder runter wahrscheinlich. Und das heißt, ich glaube, dass wir hier alles haben. Gibt es hier oben noch was? Ich weiß gar nicht, ob ich hier oben schon mal war. Guck mal jetzt mal oberhalb vom Aufzug. Perfekt. Ne, also ich denke, das ist es im Großen und Ganzen. Weiße Adler, die brauche ich schon gar nicht. Zack. Zack. Okay, perfekt. Dann gehen wir weiter. Weil jetzt die Jungs habe ich jetzt gerade fast alle besiegt. Aber der letzte oder der vorletzte hat mich gekillt. Damit kann ich leben. Muss ich jetzt nicht nochmal machen hier das Ganze. Dann gehen wir hier lang. Ich glaube, irgendwo hier gibt es einen Adler einmal. Aber das meinte ich nicht. Na, okay. Das kann nervig werden. Achso. Okay. Perfekt. Was ich meinte ist, hier gibt es, glaube ich, genau. Guck mal, da ist ein Skarabeus. Bin mir nicht sicher, ob man den... Muss man den wahrscheinlich runterschießen. Ach, das kann ich doch wieder nicht. Soll ich mich nochmal probieren an Pfeilenbogen? Ne, wisst ihr was? Ich lasse den jetzt da hängen. Äh, vielleicht kriegt man den von oben runter. Oder, ich kann mal ganz kurz schauen. Vielleicht kann ja die hier eh mal loswerden. Ähm. Was ist denn mit sowas hier? Kann ich den da anvisieren? Ja. Da, guck. Zack. So leicht geht's. Und... Komms. Na also. Easy peasy. Lemon squeezy. Sehr schön. Giftpfeile. Brauche ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr. Aber ich lasse jetzt mal ausgerüstet. Und dann... Was ist mit dir? Du zeigst mir nur den Weg in die Katakomben. Das hatte ich ja schon gemerkt, dass man dich nicht mehr aktivieren kann. Weil der zeigt auf diese Katakomben hier. Katakomben des Riesengipfels. Und dementsprechend haben wir die ja schon gefunden. Deswegen kann man den nicht nochmal aktivieren. Jetzt renne ich hier einfach hoch. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich den Bild nach diesem... Durchgang, sag ich mal, noch weiter probiere. Oder ob ich nochmal einen anderen probiere. Ich finde ihn ziemlich cool. Aber wir haben ihn jetzt natürlich auch schon wieder... Also im Reservat war er der absolute Killer. Der Bild, muss ich sagen. Und ich bin mir auch sicher, der wird mir hier noch gute Dienste erweisen. Weil er ist einfach sehr, sehr stark. Aber ich will natürlich auch noch neue Bilds und andere Bilds ausprobieren. Deswegen mal gucken. Wir haben ja nicht mehr so viele Gelegenheiten zu experimentieren. Und man muss ja jetzt hier auch nicht die ganze Zeit mit so einem OP-Charakter rumlaufen. Immer wenn ich solche Dinge sage, sterbe ich meistens. So, genau. Hier waren diese Feuer-Dudes. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hoch. Ich glaube, hier war das. Wo die noch einen Gegenstand beschützt haben. Zack. Ah ne, hier ist nur der Skarabeos. Und ich komme einfach einmal runter. Und dann gehe ich hier runter. Genau, hier ist der Gegenstand, den ich suche. Dornbusch der Bestrafung. Bums. So. Zack. Und. Zack. Oh, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Sehr gut. Äh. Ich überlege gerade. Warum eigentlich nicht mal kurz Finlay beschwören? Dich habe ich noch gar nicht beschwört. Mach du doch mal die Leute hier platt. Hopp. Zack. Den, greif den Großen an. Ich mache die Anderen. Zack. Ich mache die Anderen. Du machst den Großen. So, jetzt gucken wir doch mal, was du kannst hier. Uh, verdammt. Oh. Ums. Perfekt. Sie lenkt sehr gut ab. Oh, oh. Oh. Oh, der Feuer hatte ich nicht auf dem Schuss. Oh, Feuer machst. Ich gehe weg. Ja. Der macht viel Feuer. Jetzt Finlay. Das hat man doch kommen sehen, dass der da Feuer macht. Ums. Zack. Zack. Zu zweit sind wir stark. Ja, die Aschen sind schon gerade auch, finde ich, ist, glaube ich, eine ziemlich starke Asche. Die werde ich jetzt noch zwei, dreimal ausprobieren. So, auf der anderen Seite, da waren wir auch schon, da haben wir den Ort der Gnade aktiviert. Jetzt gibt es hier nur noch eine Sache. Und das ist, du hast Glück gehabt, ich lass mal leben. Das sind diese Katakomben hier. Jetzt bin ich gerade echt stark im Überlegen, weil die sind nicht easy, diese Katakomben. Ich glaube, dass wir die heute nicht mehr schaffen werden. Die sind nämlich ähnlich verwinkelt, äh, wie die letzten, in denen wir waren, da im, oh, hier zittert das Auge der Bestie. Guck mal, hier ist die Todeswurzel auch zu finden, von der ich vorhin geredet habe. Ähm, deswegen, ich hake jetzt den Ort der Gnade hier aktiviert. Und was wir jetzt noch machen, ist einmal darüber reiten. Schön, dass erarbeitet. Bis zum nächsten Ort der Gnade. Und, ähm, die Sachen da drüben noch einsammeln. Weil ich glaube, das schaffen wir zeitlich noch. Und dann fangen wir nächstes Mal den Katakomben an und machen hoffentlich auch den Rest des Berggipfels hier. Gucken wir mal. Ich versuche jetzt halt hier das irgendwie so, sag ich mal, in einer sinnigen Reihenfolge alles schön nacheinander zu machen. Sammest du das bitte an? Der verloren Arsch ist ja schön. Und ich hoffe, das ist für euch alles, äh, so nachvollziehbar und, äh, sinnig, wie ich das hier versuche, nacheinander abzuarbeiten, sag ich mal. So, der Typ da drüben schießt jetzt wieder auf uns. Zack. Und nachdem der jetzt geschossen hat, können wir hier schön losrennen. Ich glaube, da unten ist vielleicht noch ein Gegenstand, ja. Aber, boah, verdammt, ich dachte, ich schaff's. Jetzt müssen wir erst mal kurz den Typ erledigen. Hm, 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 zack. Und hopp, und hopp, und... Okay, der macht richtig gut Schaden bei Jungs. Ich habe jetzt gerade meine Sorge, dass das nicht der Fall ist, aber... Easy. Halt. Komm hier hin. Und... Ah, nee, echt? Hat nicht gereicht seitlich. Okay, dann noch mal auf den Fuß. Okay, noch nicht. So. Easy. Dann haben wir Tränke zurückbekommen. Dann gehen wir hier hoch. Bisschen Adernblätter mitnehmen. Goldene Rune 13. Jetzt habe ich gerade gesagt, da lag noch was da hinten, ne? Ich will mich nicht täuschen. Zack, 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 zack. Okay. Da müsste es sein. Jetzt können wir hier nämlich in Ruhe hin. Ah, hier liegt noch mehr, guck mal. Feuerblüte. Heiligfett mit Kordel. Okay. Das sind so Sachen, die benutze ich nie, ne? Sollte ich vielleicht auch... Soll ich mal ein Bild machen, wo ich die ganze Zeit nur so Töpfe und so Zeug benutze? Ich glaube, das würde mir tierisch auf die Nerven gehen. Aber gut, vielleicht so für ein Teil. Gucken, mal gucken. So, jetzt rollen wir hier noch einmal hoch. Und dann sollte sich das zeitlich ausgehen. Da ist noch so ein Skarabeus, genau. Einmal kurz aufleveln, damit wir den einem Hit schaffen. Zack. Dunkelschmiedestein 8. Träumchen. Und damit haben wir, glaube ich, hier alles, was wir hier so grob einsammeln wollen und können. Was hast du so dabei? Weiche Baumwolle, ja. Ich weiß zum Beispiel, weil ich einfach so wenig diese Verbrauchsgegenstände benutze. Gar nicht, wofür die alle da sind. Ich habe wahrscheinlich alle Handbücher, weil ich wirklich die fleißig gesammelt habe. Aber ich benutze kaum diese ganzen Verbrauchsgegenstände. Okay, jetzt können wir hier noch einmal mit der guten Millicent reden. Okay, sie will uns auch mal in der Schlacht helfen. Das suchen wir auch. Okay, sie sucht Melania. Heiligbaum. Ja, okay. Also wir kriegen jetzt hier schon Infos, auf welchem Quest Melania gerade ist. Und dem werden wir jetzt auch natürlich weiterhin folgen. Das heißt, unser nächstes Ziel ist Schloss Sol. Da oben. Und das gehen wir nächstes Mal an. Und ich habe es nicht vergessen, wir machen auch noch die Katagomben des Riesengipfels. Bis dahin. Lasst gerne ein Like da. Abo für den Kanal. Wir haben das unterirdische Reservat geschafft und wir sind auch schon am Berggipfel weitergekommen. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Auf geht's. Vielen Dank.